Einfach proportional im Preis dann ansteigt, vor allem wenn es ein XL-Engine ist. Wenn du einen XL-Engine-Mac hast, kann das gut sein, dass meistens der Engine mehr als zwei Dittel des Preises sind von dem Mac. Meistens sogar noch mehr. So, maximale Geschwindigkeit. Ich bin bei 51,2. Das geht sogar, da ist kein Sweetfick drauf. Nein, noch nicht. Der ist noch nicht vollgeskillt. Ich habe 50 drauf. 50 Skills sind gerade drauf. Stimmt. Ich finde, der hat da seine 1000 GSP irgendwo rumliegen. Ich habe noch 3000 rumliegen. Aber ich mag es halt trotzdem, die Macs zu spielen, habe ich doch gerade gesagt. Na? Ich habe jetzt keinen Bock, jeden Tag dasselbe zu spielen, auch wenn ich das könnte. Dann würde ich gut performen, dann wäre ich bestimmt auch gut drauf. Aber es ist ja auch scheiße, wenn du jeden Tag denselben Mac spielst. Also halt wirklich Tag ein Tag aus, nur um dann halt gut zu performen. Das stimmt schon. Beziehungsweise der Mac macht ja Spaß. Dann kann ich den ja auch ein bisschen weniger spielen, weil es kann sein, dass ich den... Ja doch, den fasse ich auf jeden Fall nochmal wieder an. Also es ist ein guter Mac. Aber es gibt, ich habe halt so viele Macs dann einfach rumliegen und dann die fasst du nie wieder an. Kann ich wenigstens die Zeit beim Skillen hier noch genießen. Okay. So kann man es aussehen. Mich ist halt nur ein bisschen schlechter für eine Weile. Ja schon. Ich mache meistens so die Basic Skills. Von wegen jetzt in dem Fall wären es Velocity und die LBX Nodes. Enemy Yo Yo Yo, okay. Beziehungsweise Ammunition Nodes und so weiter und so fort. Das hätte ich gemacht. Und dann... Velocity? Okay. Dann das Gelegt und Rest während des Spiels. Weißt du, wir laufen einfach immer noch hier lang. Einfach weil wir so scheiße langsam sind. Ja. Team denkt einfach, in Noscar is the way to go. Wir müssen hinterherlaufen. Ja. Natürlich voll im offenen, wo wir angeschossen werden können. Ganz ehrlich, ich springe runter. Kommt mit? Ich auch. Ich komm mit. Das Team Nescar ist eh gleich in Fox 5 angekommen. Da können wir auch jetzt straight nach Fox 5 laufen. Das macht für uns nicht viele Unterschiede. Wir kommen da genau in der selben Zeit an wie die Gegner auch. Äh, welches Team meine ich unter anderem. Der Archer kriegt irgendwelche Schüsse ab von der Seite. Wie oben? Ist down, okay. Schauen wir mal. Noch eine, irgendwie? Ja, machen wir uns leider nicht ran. Wir könnten eigentlich lustiges Zeug machen. Aber das Team ist halt gerade ziemlich verteilt. Weit entfernt. Weit entfernt. Oh, links unten, ja. Ich geh voll drauf. Beine. Da ist noch was unten. Schieß mich nicht an. War's schon. Jo. Feine. Der schießt mich an. Jo, nice. Ich hab keinen Brauchern reingemacht. Es ist eine Spider. Mann. Ich soll ruhig nochmal kommen. Da kommt noch mehr von der Seite. Stehst du nur oben? Ich bin eben hier. Ich würde sagen, wir pushen rechts oben. Da ist ein Archer. Ich bin runtergefahren. Marauder, ja. Ah, ist immer schön, wenn sie uns nicht anschießen. Ja, jetzt werde ich von hinten angeschossen, aber passt schon. Er ist irgendwie noch. Er ist ein Crail. Und noch was anderes. Der Marauder lebt noch. Ich bin leider ein bisschen lahm. Ja, ich weiß. Ich bin nicht viel schneller als du. Mach dir keine Gedanken. Einfach hier kurz ein bisschen raus. Die Viper. Das ist das. Jawohl, Reen. Pass von oben auf. Oben über uns sind Leute. Ja, der Pufftkopf. Ich würde sagen, wir pushen da durch, durch den Tunnel. Ja, okay. Ja, ja. Da oben steht noch einer. Ja, sorry. Runterspringen. Ist einer hinter uns? Ja, da sind ein paar Leute hinter uns. Okay. Der Crail lebt noch. Ja, ganz ehrlich, ich gehe da einfach hoch. Also ich, du musst nicht mitkommen, aber ich gehe jetzt hier hoch. Weiter die Flanks steamrollen, Junge. Warte. Oh, Signal. Das ist der Typo bei uns. Das passt. Ja, hinter dir, hinter dir. Oh, yo. Timby. City ist beschädigt. Yo, der wird nicht lange überleben. Ah, ich habe gemisst. Was? Tot? Nee, du hast ihn. Okay, passt. Weiter. Hm, was steht in der Joghurt? Backshots. Ja, ich gehe hier auch gerade. Backshots. Wir können ihn treffen von hier. Wir können ihn treffen. Das ist in Deckung. Ja, weiter. Da kommt man doch hoch hier, oder? Ja, kommt man. Lauf ruhig, ich gebe kurz Deckung. Ich kalt das nicht allzu lange aus. Gerade eine LB-20 verloren. Ja, nach oben. Du musst kurz übernehmen, du musst mir hier Deckung geben. Er hat ein Bein verloren, er hat ein Bein verloren. Sonst Centatoso ist auch gut. Centatoso einfach, gehe einfach voll drauf. Nice. Links, ja. Oh, ich habe dich nicht getroffen. Ich habe dich nicht getroffen. Ich habe nämlich auch genau auf den Irby geschossen. So, und jetzt haben wir beide Max genommen, die wir gut spielen können. Und wie ist das Game ausgegangen? Ja. Ja, wie ist das Game ausgegangen? Natürlich, ja. Weil wir einfach die gesamte Flanke einfach steamrolled haben. Ich weiß nicht, wie viele Kills du hast. Äh, vier. Ich habe zwei. Und ich glaube, wir haben wohl einiges an Damage. Wir müssen ein bisschen... Ja, Caps geht eigentlich. Ja, einer geht noch cappen. Das müssten wir hinkriegen. 16 Schuss übrig. Oh, ja. Das ist die Spider. Spider ist rechts. Äh, Dingens ist Echo 5 hier. Ich habe es markiert. Oh ja. Das ist ein Raven. Äh, Centatoso ist weit offen. Ah, gemisst. Äh, ich habe genau getroffen. Da ist die Spider. Boah, Junge, wir nehmen die Gegner einfach alle einfach raus. Das war einfach so übrig. Ja, die Spider ist geleckt. Kommen wir eh nicht mehr hin. Und Caps sehen ganz gut aus. Jo, nice. Nice. Das war ein GG. Jo, Enemy Flank mal eben gesteamrolled, ne? Ja. Das... Das ist mich für euer Gameplay. Yeah, so muss das laufen. Boah, guck dir die Stats an. Oh, lecker. Lecker, lecker. Wie viel Damage hast du getankt? Ähm, was war es? Äh, 300. Mir ging...